Da ist er, der Bulle, hier im Hintergrund und ich lehne mich hier gerade an den Bären, den wir vertreiben wollen. Viele zumindest mal wollen das, aber ist tatsächlich schon der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Eine Methode, um das festzustellen, sind technische Indikatoren. Die allerdings richtig einzusetzen, das ist häufig eine Schwierigkeit. Das wollen wir uns heute Abend angucken, um 18.30 Uhr in der BMP Paribas Born Academy. Wie jeden Mittwochabend, deshalb unbedingt mit dabei sein.